Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Detroit Become Human. Ich glaube, meine Story geht jetzt nur noch mit dem weiter. Ach nee, Quatsch. Und die Frau habe ich noch. Avery ist tot. Okay. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Mach auf. Wir müssen gehen. Uff. Ja. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Wir finden schon einen Schlafplatz. Also, entweder der hier, unbequem aber sicher, wie komme ich rein, oder der hier. Ist ja unbequem, aber unauffällig. Ich guck den da drüben hin. Alle wohnen gestöhnen. Kind. Was ist jetzt mit ihr? Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit. Nein. Aber das ist ja voll kacke. Das ist nur ein Parkplatz, oder? Wir wollen dann das Haus. Warum ging nochmal das 24-Stunden-Ding nicht? Ein leer stehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Das ist wirklich ein Konzentner. Das ist nicht so. Ich weiß nicht. Das ist auch kein Konzentner. Das ist ja auch kein Konzentner. Das ist ja kein Konzentner. Das ist ja nicht so. Hier kommt jetzt nichts mehr. Also finden wir entweder einen Drahtschneider oder doch noch ein anderes Hotel. Wo soll ich denn einen Drahtschneider herkriegen? Jetzt mal ehrlich. Ich will nicht einfach irgendwo reingehen. Hier rufen die Polizei. Oder? Wie geht es denn von alleine da rein, oder wie? Jetzt gehen wir halt mal da rein. Hier ist es warm. Dir geht es gleich besser. Was machst du da? Die gehören nicht uns. Wir brauchen sie, Alice. Du brauchst etwas Warmes und ich muss diese Uniform loswerden. Das ist Diebstahl. Das dürfen wir nicht. Das ist saudumm. Nicht stehen. Nicht stehen. Das wäre sonst einfach nur dumm. Wenn er aufwacht, sind wir am Arsch. Und wir brauchen einen Drahtschneider. Das ist das Motel, ne? Da wollen wir nicht hin. Das wäre eine dumme Idee. Was findet man denn hier einen Drahtschneider? Vielleicht auf dem Parkplatz? Ne, da geht es auch nicht weiter. Oh, die haben. Und da geht es auch nicht weiter. Hallo Nightflyer, grüß dich! Ist das nicht ein Drahtschneider? Und warum steht sie hier? Ich stelle einfach nur, dass der nicht so kalt ist, oder? Jetzt gehen wir in das Haus. Das Ding ist, ich kann jetzt halt nicht sagen, was am unauffälligsten ist. Wenn da das Loch in diesem Zaun ist, kann es sein, dass die in dem Haus nachschauen. Weil die das Loch sehen. Wenn wir aber in das Auto einsteigen, habe ich Angst, dass eine Alarmanlage losgeht. Bisschen unsicher. Nicht mehr hier. Alles in Ordnung? Ja, ist nur ein Kratzsaat. Sei vorsichtig. Keine Sorge, wir sehen uns nur um. Bis zum nächsten Mal. 1 2 4 5 6 7 6 8 Nein! Tritt sie nicht ein! Stopp! Oh Gott, wir haben das Kind verloren. Der Android ist nicht tot, aber wir haben das Kind verloren. Da! Ich bin auch Android. Du brauchst keine Angst haben. Wir suchen nur einen Platz zum Schlafen. Besucher sind gefährlich. Da! Das tun sie mit Raph. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir wollen dir bestimmt nichts tun. Du hast mein Wort. Entschuldigt, Raph. Raph hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Raph hat viel durchgemacht. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wieder fangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Raph tut euch nichts. Okay. Oh Gott. Es ist nur für eine Nacht. Na kommt. 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 Na kommt. Hier lang. Wenn das mal nicht eine saudumme Idee ist. Raph lebt hier, seit er weggelaufen ist. Raph geht nie nach draußen. Keiner weiß, dass er hier wohnt. Manchmal kommen Obdachlose, aber Raph versteckt sich, bis sie wieder weg sind. Komm. Komm schon. Komm. Macht es euch hier dann gemütlich. Raph wird in das andere Zimmer gehen. Er würde gern noch bleiben. Aber er hat zu tun. Es ist nur für heute Nacht, Alice. Morgen finden wir was Besseres. Gut. Mal sehen, wo du schlafen kannst. Setz dich. Ich mache ein Feuer. gut. Okay. Das ist so. Die weiß nicht, ob das so smart ist, hier jetzt so Feuer zu machen. Da sehen die doch. Können wir nicht einfach das Bett machen? Wo ist denn quasi der Schlafgemach? Machen wir mal erst mal das Bett. Gucken wir mal, ob das eine optional ist. Das Bett beim Kamin, okay. Das ist wohl nicht optional. Na gut. Das ist wohl nicht optional. Okay. 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 Ich glaube, das Feuer ist keine gute Idee. Glaube ich nicht. Weg dich schlafen. Ich habe alles versucht. Es ist dürftig, aber wenigstens ist es warm. Warum hat er mich nie geliebt? Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß eine Familie. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß es nicht, Alice. Du verlässt mich nicht, oder? Versprich, dass du nie gehst. Versprochen. Bleiben wir zusammen? Für immer? Für immer. Ich weiß nicht, ob es das Ziel ist, die Beziehung dauerhaft zu verbessern. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig. Und jetzt schlaf schön. Schlaf gut, Alice. Wo kann ich denn noch schlafen? Da hinten. Ja, das machen wir auch. Wir übertreiben es mal halt mit der Liebe. So, meine lieben YouTuberinos, das war es mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War schon wieder sehr lang. I'm so sorry. Bis zum nächsten Mal. Adieu.